Für Spiel und Spaß sorgt die pädagogisch geschulte Kinderbetreuerin. Auch für das leibliche Wohl wird mit einer gesunden Jause gesorgt. Komm vorbei zur Niederösterreichischen Fotolandesmeisterschaft und zeig uns deine besten Fotos. Camilla, Kasperl und Vicky sorgen für jede Menge Spaß und Unterhaltung. Mit ihren lustigen Geschichten bringen sie die kleinen Zuschauer zum Lachen.